Hier war ich vorhin einmal. Es kann sein, dass das der Exit wirklich ist. Ja! 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 Holy shit, ich war doch nicht so glücklich hier an Exit. Ich gehe jetzt erstmal rein. Suche mir eine schöne Ecke zum Chillen. Und gehe erstmal die Quests durchlesen. Hier. Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wo ist die Bird? Da, wo ich eben war, wird diese Trümmer unten... Unten, wo der Gang zugeschüttet war im Cape... Da liegt ein Key und dann ist da wahrscheinlich auch irgendwo die Tür... Hm... Aha! Okay, vielen, vielen Dank! Danke für die Hilfe! Okay, ich habe jetzt schon mal den Key. Jetzt müssen wir nur noch den Schlüssel dafür finden... Ähm... Die Tür dafür finden. Keine Ahnung wo... Weißt du auch, wo die Tür ist? Ich habe leider keine Ahnung welcher Key das ist, also für was ich den benutze. Denk mal, ich muss jede Tür einmal angucken. Irgendeine dieser Türen... Die muss ich aufschließen... Und jetzt nochmal... Leider keine Ahnung, welche Tür es ist. Ah! Okay, ich habe ein Pimsi hier drin. Der sollte aber nicht wissen, dass ich hier drin bin, also der dürfte die Map nicht kennen. Wir sneaken mal ein bisschen, falls er die Tür aufmacht, knall ich ihn ab und suche mal das Dokument. Wo haben wir das Dokument? Wo trete ich das? Wo ist dieses Scheiß-Dokument? Moin, moin. ... Hey Knusper, danke für die 6.100, bitte. Falls ich mal Chat nicht lese oder so, ich bin gerade echt fokussed, weil diese Map ist nicht easy, ist echt nicht easy, du willst hier nicht sterben, weil du willst hier einfach nicht sterben. Niemand kennt die Map, niemand weiß wie alles funktioniert, ich bin jetzt gerade in der Quest relativ weit und würde die auch gerne beenden. Ich habe nur leider überhaupt... Das ist es, okay und jetzt? Okay, Quest soweit fertig, ich muss jetzt nur extracten. Police Checkpoint, Nakatani Basement Stairs und Mira Prospekt. Leider keine Ahnung, was das alles heißt. Also ich bin aus der Richtung gekommen, ne? Also denke ich mal, dass die Exits, so wie im normalen Tarkov ist, auf der anderen Seite sind, meines Spawns. Also müsste ich in diese Richtung... Ich bin aus der Richtung, ich bin aus der Richtung, ich bin aus der Richtung. Jetzt bin aus der Richtung, ich bin aus der Richtung, mich zu verhören. Geh, coś zu verhören. Das ist gut, dass ich ins Wasser nicht richtig verhören. Das war's für heute. Du hast recht, die Toss brauche ich. Aber ich sollte die Sohle somit mit dem Release besser als die andere Schott führen. Sohle, machi! interessanter neuer painkiller effekt seht ihr das man an den seiten ist es jetzt so grau der gefällt mir viel viel mehr der pinkeleffekt leider übel angst vor minen mann oder sniper scab oder so ich weiß leider auch überhaupt nicht wo die exits sein sollen oder so gibt es schon eine map chat weiß das zufällig jemand schon jemanden im map zu ground zero gesehen ungefähr wo die exits sein könnten da habe ich keine backup money dabei oder habe ich die irgendwie verlegt ich glaube die habe ich überlegt wo bin ich denn hier wo könnte ich hier sein ich weiß halt nicht mal wo ich hier bin gerade und ich weiß halt auch nicht ja die map die bringt halt leider nicht viel weil die map hat leider nicht sagt wie die exits auch heißen so das heißt ich die zeigt mir zwei exits sein aber die zeiten halt nur an es ist leider sagen die mir auch nicht welche exits ich wo ich hin muss das sieht hier sehr nach exit aus aber ich habe keine ahnung ich will jetzt auch nicht groß looten das bringt halt eh nicht so sei ehrlich außer wenn es medical ist warte mal was habe ich für ein effekt was los hinkler geht weg nakatani basement stairs nakatani muss ich auf jeden fall police checkpoint und mira prospekt das ist alles an einer ecke nakatami prospekt und das police ding das ist alles an einer ecke das sehe ich gerade ich bin überlegen ob ich einfach hier weiter der straße folge dass ich quasi am anderen ende der map jetzt gleich rauskommen ich war grad sky side ich bin jetzt empire tatsächlich ok 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 alles klar dann weiß ich wo ich bin da gehe ich jetzt mal rein es ist so ein bisschen der loot ist ganz schön krass auf der map muss ich sagen der ist wie streets ok ich bin jetzt unter empire das heißt ich bin genau zentral von der map hier muss ich jetzt irgendwo hoch das sieht nach treppenhaus aus dann bin ich mitten empire und dann muss ich bei empire raus und nach nakatani gucken schon genau also général Sehr schön, ich habe neue Monie wieder zu bekommen. Die P.H. muss ich scheinbar vor einem Raid finden und Bandagen auch. Ganz schön viel, dass ich vor einem Raid haben muss von den Matts. So, wenn ich hier jetzt rausgehe, ich gehe mal Haupteingang raus wegen der Minen. Ich glaube, ich weiß, wo ich lang muss. Ich glaube, ich muss nicht vom Skep abgeknallt werden. Ich glaube, ich muss da die Straße runter. Das ist Terror Group. Das ist Terror Group, das ist Empire, dann muss ich in die Richtung. Mach ich das jetzt auch? Ich glaube, ich weiß, dass ich hier rausgehe, dann muss 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 Jagenhotel. Nakatani. Irgendjemand haut doch gerade mit dem Auto-Exit ab. Ah! 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 Wo ist der scheiß Exit, Mann? Hier war ich vorhin einmal. Es kann sein, dass das der Exit wirklich ist. Ja! 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 Holy Shit, ich war doch nicht so glücklich mit Exit. Alter, ohne Scheiß Chat. Ich glaube, ich war seit Jahren nicht mehr so glücklich zu Extracten. Alter, bin ich froh. Holy Shit, wir haben die Map gemastert, ey. Geil.